Ja, Villach ist ab heute die Landesfaschingsstadt. Ich muss sagen, endlich, endlich haben es die Kärntner auch wirklich richtig gemacht. Sie wissen, wo die heimliche und die wirkliche Landeshauptstadt ist und das ist ab jetzt Villach und ich wünsche dem neuen Landesfaschings-Prinzenpaar aus Villach ganz viel Erfolg und sie sollen bestmöglich für Kärnten regieren. Wir brauchen viele Lacher. Also, bei der Regentschaft in Kärnten, da wollen wir eigentlich alle Gild näher bringen und alle besuchen, weil wir wollen einfach diese Tradition aus Villach, die wollen wir einfach in allen Gemeinden in Kärnten spüren und das soll bundesweit übergreifen. Und das ist unser Ziel für die heimliche Saison. Und da haben wir bis zum Vorschungsdienstag Zeit und wir werden das auch schaffen. Heute meine Regentschaft auf Zeit zurückgelegt. Genau vor 100 Jahren hat das ein anderer Kaiser gemacht. Der Unterschied ist, ich komme wieder.